Der Kursrücksetzer muss doch weggehen. Verdammt! Herzlich willkommen zur 81. Sendung von Börsenpunk und natürlich starten wir sofort mit den Fragen. Was hältst du von Xiaomi? Xiaomi hat seine eigenen Smart... Oh Gott, Smart Glasses entwickelt. Ja, könnte so ungefähr aussehen. Natürlich etwas innovativer. Mit diesen Smart Glasses kann der User telefonieren, Nachrichten anzeigen, er kann Fotos machen, Navigationsdaten sich anzeigen lassen und Texte in Echtzeit übersetzen. Richtig krass. Könnte durchaus eine Konkurrenz zu den Smartphones irgendwann werden. Bei Xiaomi finde ich richtig cool. A, darüber hinaus die exzellente Positionierung im Handymarkt. Ein super Preis-Leistungs-Verhältnis. Und darüber hinaus haben sie eine Beteiligung an Xiaopeng. Im E-Mobility-Bereich sind sie also auch tätig. Wenn sich die Sache in China mal ein bisschen beruhigt, muss die auf jeden Fall ins Depot. Finde ich cool. Was hältst du von Gak Guangsong Automobile Group? Grundsätzlich fehlt mir bei den Jungs einfach ein bisschen der Drive. Ja, der Drive zur Umstellung beziehungsweise das Portfolio einfach in Richtung E-Mobility zu drehen. BYD macht das richtig gut. Dann darüber hinaus macht es auch Great Wall richtig gut. Aber bei der Gak Group, boah, habe ich so ein bisschen Probleme. Ihre E-Mobility-Sparte, die AI-On-Elektroautos, die kommen nicht so richtig ins Laufen. Sie sind zwar ganz nett, aber nicht so richtig der Burner. Darüber hinaus verlieren sie einfach im Segment der SUVs immer mehr Marktanteile. Auch wenn sie jetzt eine tolle neue Batterie entwickelt haben sollen, ist für mich die Gak Group in dem Bereich E-Mobility in China nicht die erste Wahl. Muss ich fairerweise dazu sagen. No way. Was hältst du von Abwee? Ausgründung von Abbott. Die Jungs haben ein Problem meiner Meinung nach. Und zwar haben die ein Medikament namens Humira. Steht für 20 Milliarden Umsatz. So, hier läuft aber der Patentschutz aus, beziehungsweise in Europa ist der Patentschutz schon ausgelaufen. In Amerika wird das jetzt auch bald passieren. Und dementsprechend hat die Aktie auch schon nachgegeben. Ist aber auch kein Wunder. Und ich würde das Ding einfach auch jetzt nicht anfassen. Denn hier werden nachahmer Medikamente kommen. Definitiv. Dann ist auch die Dividendenrendite, die 5, 4 Prozent nichts. Was hältst du von Chivodon? Da brauche ich eigentlich gar nichts sagen. Der Kursverlauf ist zum mit der Zunge schnalzen. Das ist der Kursverlauf seit 2015. Wie an der Schnur gezogen. Duftstoffaromenhersteller aus der Schweiz. Genial. Was hältst du von? Cameco und Casatomprom. Geiler Name. Schon allein für einen Namen müsstest du es kaufen. Okay. Grundsätzlich muss ich mich jetzt mal outen. Ich bin jetzt wirklich nicht unbedingt der Freund der Atomenergie. Aber wenn ich mir schon alleine anschaue, wie viele Atomreaktoren in China in den nächsten Jahren hochgezogen werden soll. 44 an der Zahl. Da musst du wirklich sagen, der Uranpreis wird definitiv steigen. Und in dem Bereich hat sich auch der Mann im Bereich Mining jetzt positioniert, nämlich Eric Sprott. Und deswegen ist der Uranpreis auch gestiegen. Er mischt da jetzt kräftig mit. Und wenn ich mir die Aktie anschaue, jetzt beispielsweise von Cameco, die hat natürlich jetzt auch einen Schuss nach oben gemacht, weil der Uranpreis gestiegen ist. Wenn die sich hier mal wieder beruhigt, absolut kaufenswert. Ob man jetzt Uran und Atomkraft gut findet oder nicht. Aber diese beiden Werte werden definitiv weiter klettern. Wobei ich jetzt Cameco bevorzugen würde, weil Casatomprom ein bisschen weniger transparent berichtet. Was jetzt von Getinge, schwedisches Unternehmen, richtig gut positioniert im Bereich der Medizintechnik. Die haben im Prinzip alles, was man so im OP-Saal benötigt. Und natürlich haben sie durch Corona eine Sonnekonjunktur erfahren, weil sie im Bereich der Beatmungsgeräte richtig gut sind. Hm, die ist auch gelaufen, wie eine Schnur gezogen. Kann man halten. Richtig gutes Management, tolle Firma. So, dann unser Autorätsel. In der letzten Sendung haben wir gefragt, was fahren wir denn eigentlich für ein Auto? Muss ich gleich mal spicken. Hm, eine grüne Ente. Ein E-Porsche. Jungs, ein E-Porsche kostet 150.000 Euro. Seid ihr wahnsinnig. Der E-Mantor. Nee, sorry. Trabant schließe ich aus. Das stimmt. Es gibt nichts Besseres als Lambo. Sorry, wir fähren mit einem Lambo durch die Gegend. Okay, und ja. Hallo Jochen. Ich glaube, du fährst einen Multivan, einen Bulli. Wenn ich recht habe, bitte einen Blick auf Zerans. Donnerwetter. Sehr gut gelöst. Und zwar ist das unser wunderschönes Fahrzeug. Richtig. Und dementsprechend werfen wir natürlich einen Blick auf Zerans. Ausgründung von Nuance. Also Nuance hat das Automobilgeschäft ausgegründet. Und zwar, weil die Jungs hier viel zu schnell gewachsen sind. Hier geht es darum, dass ich sage, Gestik, Mimik, Steuerung, Kommunikation, Auto und Fahrer. Die Jungs sind richtig, richtig gut, gut positioniert. Vier Milliarden Börsenwert. Wenn wir uns den Kursverlauf jetzt anschauen. Wow, wenn die Tech-Werte irgendwann wieder anziehen, könnte die richtig spannend werden. Finde ich absolut gut. Und dann auf vielfachen Wunsch. Lucid Motors. Lucid kam zuletzt mal unter Druck, weil Gerüchte aufkamen. Ha, viele Frühphasen-Investoren werden aussteigen. Wieso sollten die aussteigen? Die Gerüchte, natürlich wollten sie die Aktie drücken. Aber nochmal, ich bin nach wie vor super überzeugt von dem Team. Rawlinson, Hochholdinger, frühere Manager bei Tesla. Die werden das Ding durchziehen. Ganz schmerzbefreit. Und jetzt wird diese ganze Kiste auch sichtbar. Nämlich, die ersten Modelle werden ausgerollt. Jetzt gibt es Testergebnisse. Schon Vergleiche, Testfahrten im Vergleich zu Tesla Model S. Dieses Modell, Lucid Dream Air Edition, schneidet richtig gut ab. Im Bereich der Luxusautos, E-Mobility, sind das die Teile der absoluter Burnheit. Deswegen bin ich nach wie vor von diesem Teil super überzeugt. Zu 2022 werden die Modelle auch nach Deutschland kommen. Und durch die Sichtbarkeit, die Vergleichbarkeit, sehen jetzt auch die Analysten. Aha, hier wächst was richtig Großes. Es wird auch eine Produktionsstätte in Saudi-Arabien geben. Also, nochmal, im Bereich der E-Mobility, Luxusautos, sind die der Ferrari. Zu 2022, ich habe schon gesagt, kommen die nach Deutschland. Dann werden sie konkurrieren mit Mercedes EQS. Und den werden sie definitiv richtig platt machen. Also, in den nächsten sechs Monaten 30 Dollar. An der Börse, sie haben immer diese saure Gurkenzeit eingebrochen. Nichts geht so richtig nach oben. Und wir haben uns überlegt, stellen wir trotzdem eine spekulative Geschichte vor. Ja, machen wir. Aber auf Sicht. Nicht heute kaufen, morgen reich. Funktioniert sowieso nicht. Auf Sicht. Gut. Wir haben schon mal über die Gaming-Industrie gesprochen. Durch die Corona-Krise natürlich einen wahnsinnigen Boom erfahren. Und wenn wir uns das einfach mal so anschauen, wahnsinniger Peak jetzt auch. Es läuft auch alles immer in Zyklen. Dann ausatmen und dann werden wir die nächste Aufwärtsbewegung sehen. Auch im Gaming-Bereich sind wir absolut überzeugt, denn diese Branche boomt ohne Ende. Ja. Ich bin doch mit dem Teil hier aufgewachsen. Ja, hast hier gedattelt wie ein Wahnsinniger. Tolles Atari hier bei Ticathlon. Gottes Willen, irgendwann hast du Blasen an den Fingern gehabt. Jetzt läuft diese ganze Geschichte natürlich völlig anders ab. Und wir haben uns mal eine Firma rausgesucht, die richtig gut positioniert ist im Bereich Gaming. Endor aus Landshut. Toll, ähnlich mal eine Firma aus Bayern. Die sind positioniert im Bereich Simracing. Um was geht es im Bereich Simracing? Beim Simracing geht es darum, Rennsport so detailgenau wie möglich in die heimischen Wohnzimmer zu bringen. Und hier wird nicht mit solchen Teilen gegeneinander angetreten, sondern mit Lenkrädern, mit Pedalen, mit richtigen Rennkäfigen. Und wir haben hier auch mal einen Rennsimulator detailgetreu nachgebaut. Das ist also unser wahnsinniges Teil. Aber wie diese Sachen im Detail aussehen und Endor mit seiner Premium-Marke Fanatec positioniert, das schauen wir uns jetzt mal hier an. Zu Gast bei Daniel Abfu, Abt Motorsport. Der hat so ein Teil zu Hause. Martin, schmeiß mal das Video rein. So sind diese Dinger nämlich aus. Das ist absolute High Class und Premium, was hier angemeldet. Alles von Endor. Und wenn du hier Lenkräder von 250, 300 Euro aufwärts, Pedale, du wirst ein Vermögen los. High Class Premium Position von Endor. Die haben einen Marktanteil von 80 Prozent. Haben Verträge mit F1, Nesca und so weiter und so fort. Und die Jungs, der Vorstand, Jackermeyer, also wirklich ein absolut verrückter Kerl, der will jetzt neues Marktsegment eingreifen, nämlich das mittlere Preissegment. Und hier wird seine Premium-Produkte jetzt nach unten gebrochen. Und dementsprechend wird er neue Marktanteile gewinnen. Und das sind für mich auch richtige Game Changer. Und ich bin absolut davon überzeugt, diese Produkte kommen übrigens jetzt im Herbst. Und ich bin absolut davon überzeugt, dass diese Firma weiter wachsen wird. Und wenn man sich mal die Umsatzentwicklung anschaut. Im Jahr 2017 haben die 17 Millionen gemacht. Umsatz 2021. In diesem Jahr werden sie 100 Millionen machen. Ich bin davon überzeugt, dass die Jungs richtig, richtig weiter wachsen. Wenn wir uns den Kursverlauf mal anschauen. Irgendwo haben wir das vielleicht. Andi, ah hier, der langfristige Chart. Hier, hier unten hat noch jeder bei Endor gelacht. Er so, ach, was willst du denn mit der Bude? Hier, lacht jetzt keiner mehr. Wenn wir die zwischen 150, 160 Euro vielleicht abstauben können. Super, weil wenn die Aktie in ein bis zwei Jahren bei 300 steht, dann lacht die Jungs mit Sicherheit keiner mehr aus. Und nochmal, der Gründer, Thomas Jackermeyer, der hat roundabout 45 Prozent der Anteile. Mit dem habe ich zuletzt gesprochen und er sagt, nee, nee, ich habe zuletzt sogar noch zugekauft. Und verkaufen werde ich bei dem Kurs sicherlich nicht. So, jetzt müssen wir schon ein bisschen Gas geben, sonst schlafen die ganzen Jungs zu Hause noch ein. Ich war der Meinung, dass wir jetzt endlich für unser 80-Prozent-Portfolio die langweiligste Aktie ever gefunden haben. Aber nee, unser Ablaufredakteur, der Klubber da, ja, sagt, nee, nee, die Jungs, die sind hochinnovativ. Na okay, es geht, bleiben wir fränkisch um Balchem. Einigen wir uns drauf, hochinnovativ, langweilig, hochprofitabel, geile Aktie. Gut, was machen die? Im Prinzip sind die Zulieferer für die Nahrungs- und Genussmittelbranche. Nahrungs- und Genussmittel, das allererste, das mir immer wieder in den Kopf kommt, ist das hier. Mega. Aber kommen wir zurück zu Balchem. Was machen die Jungs? Sie stellen im ersten Segment Pulver, Aromen und ganze Getreidemischungen für Nahrung her. Also hier geht es um Säuglingsnahrung beispielsweise, richtige Energieshakes und auch normale Nahrungsmittel. Nahrungsmittel. Segment 1, läuft Bombe. Segment Nummer 2, Kraftfutter, Nahrungsergänzungsmittel, keine Ahnung welche Kamera, Kraftfutter, Nahrungsergänzungsmittel für Tiere, Schweine, Bullen, Kühe und auch Haustiere. Gnadenlos gut, 27 Prozent der Umsätze. Und da haben Sie noch ein Segment Nummer 3. Hier geht es um die Sterilisierung von medizinischen Produkten. War das jetzt richtig? Muss ich mal an Bruno Labbadia denken, den ehemaligen Fußballstar. Das Ganze soll man jetzt nicht so hoch sterilisieren. Okay, aber zurück zu unserer tollen Balchem. Die Jungs sind richtig, richtig gut in der Spur. Die Kursentwicklung zum mit der Zunge schnalzen. Seit 1985 hat die Aktie 25 Prozent im Schnitt pro Jahr zugelegt. Der S&P, der Vergleichsindex. Zehn Prozent, richtig gigantisch. Darüber hinaus eine wunderbare Dividendenpolitik. Seit 2012 von 18 Cent auf 58 Cent gesteigert. Jungs, was wollt ihr mehr? Zum mit der Zungenschneitzer. Wenn ihr das erste Mal in die Sendung schaut, kauft die Aktie als eure erste Aktie. Und lasst sie liegen. Und ich verabschiede mich jetzt bei meinem neuen Wohnmobil. Endlich mal eine Woche in Urlaub. Viel Spaß mit dem Club.